so und da ist der football wieder und ein herzchen das ist schön und wir können schon wieder wie eben bonus chance noch mal schön wir machen mit todstuhl weiter da waren wir auch schon wenn ich mich recht entsinne ja ich möchte aber ganz gerne die dinger hier haben ein da und noch ein coin sehr schön also das mit dem schweben ist echt geil hier oben voll am ernten ach die zeit nutzen wir die jetzt einfach mal direkt oder müssen wir hier schon irgendwie die tür korrekt platzieren oder wir müssen mit dem schlüssel hier rein weil da geht es nicht weiter so wie es aussah es kann natürlich auch sein dass wir mit dem schlüssel in dieses ding da rein müssen oh aha es ist also doch keine verarsche gewesen das heißt schätze ich war dass die tür dann unten ist mein kopf hat gejuckt so komm mal her ich muss die schleider platt machen mach oder reicht schon einer das könnte sogar reichen lassen wir das vieh erstmal vorbei jo reicht gehen wir auch hier den rechten weg weil einfacher so jetzt müssen wir uns beeilen beziehungsweise ich vergesse das immer jetzt ist der da oben am ausrasten ich weiß gar nicht was mit den anderen ist ob die alle keinen bock haben oder den man da bestimmt in stelle kommen das ist gut gewesen oh nice nein nimm ihn geh da rein puh ok das sieht so aus ob es runterfällt aber auch nicht aber wir müssen gar nicht den boss besiegen geil sehr schön ähm ein penis mit schiefen eiern okay wow damn mice ok es waren nur eine Maus ich schätze mal wir müssen die zurückpfeffern schön dass du dir alle da unten in die Ecke reinwirfst ne dass ich da auch so gut drankomme und so natürlich komm mal her schmeiß mal was guck mal her schmeiß mal was Oh Mann. Warum kann ich die ja nicht aufheben, wenn ich da draufstehe? Habe ich dich jetzt getroffen? Hm. Oh, das ist so dumm. Ich bin so verwirrt. Ich bin so verwirrt. Okay. Oh, das ist immer ausweichend, ne? Okay, zweimal. Oh, da bin ich gerade abgeprallt. Komm, geh kaputt. Schön abgelegt da oben, jetzt komm ich hin. Okay, gut. Mist. Wir machen weiter mit Toadstool, weil das läuft am besten. So, nächste Welt. Okay, wir sind irgendwo in Ägypten. Okay. Oh. Hallo. Oh. 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 Können wir sogar reiiiinnn. Okay. Natürlich. Ja, was hat mir denn den Sitz gebracht? Nix. Und es sieht hier aus wie ein Smiley. Ich hätte gern ein Herzchen oder sowas. Das wäre mir ja ganz schön. Ich habe ja schon so viele Gegners getötet. Einfach wegschmeißen. Och, schon wieder? Okay, wir können nicht im Kriechen laufen. Nein! Warum mache ich das überhaupt? Was bringt mir das? Ja. Das ist jetzt, glaube ich, unser letztes Leben. Ja, hat man ja gesehen. Und ich glaube, das ist auch das letzte Leben immer wieder. Das letzte Continue! Gut. Game over? Ihr könnt mir ja mal sagen... Äh... Obwohl, ich weiß nicht... Wenn ihr das hier seht, könnt ihr mir ja mal sagen, ähm... Wie... Obwohl, ne, ich glaube, das ist schon zu spät. Weil, ich hätte gesagt, dann könnt ihr mir ja mal sagen, ähm... Ob ich jedes Mal dann von vorne anfangen soll oder ob ich dann da hinschneiden soll. Aber ich glaube, es ist besser, wenn ich immer von vorne anfange, bis es halt irgendwann unerträglich wird und dann kann ich es rausschneiden. Ähm... Das ist, glaube ich, die beste Idee. Na gut. Jetzt habe ich schon... Eine Stunde habe ich aufgenommen. Ähm... Habe zwar zwei Stunden Zeit gehabt, aber... Ich muss erst mal auf das Spiel klarkommen. Ähm... Ja, ich hoffe trotzdem, euch hat das Spiel bis hierhin gefallen. Ähm... Und ja, wir sehen uns hoffentlich bei meinem nächsten Video wieder. Tschüss!